Hey Gamerinos, ich bin Marc, der B-Mag, der Kriperian von der Schweiz in Schlecht und in Schweizerdeutsch. Ja, wir spielen wieder mal das Kartenspiel Hearthstone. Eine neue Erweiterung ist herausgekommen, die Strassen von Gatz geht es an. Ich bin natürlich schon mal wieder schauen, was das für Dexel ist. Ich habe jetzt mal eins zusammengestellt, das ist ein Rhinomage. Jetzt schauen wir mal. Eieieieiei, eure Zeit ist gekommen. Ja, der Rhinomage ist wieder ein wenig stärker geworden. Wir wissen noch nicht so richtig, wie das hier werden soll mit dem Add-on, was hier wieder ist. In letzter Zeit war ja vor allem so ein wenig Midrange Charme hier relativ stark gewesen und zwar recht Cancer zum Teil. Und jetzt soll es wieder besser werden. Wir werden es erleben. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, was geht. Jetzt weiss ich natürlich noch nicht so richtig was da für Erweiterungen kommen respektiv was da wieder für Decks gespielt werden und 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 Das ist jetzt momentan sieht man vor allem sehr aggressiv Decks wie die da hier Ja ist das super drüber aggressiv Ähm Das könnte kurz wehtun Was soll ich jetzt machen Belio wäre wahrscheinlich besser mit dem Ich frage mich ob Ich bin wirklich nicht wirklich so Das ist ja gefährlich wenn er wieder bringen Ich habe irgendwie ja nichts anderes was ich mit dem synchron machen kann Äh 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 4 habe ich auch nicht wirklich etwas Ja warum scheiße Aber wenn auf den geht ist er wenigstens weg Auf 4 drop habe ich halt wirklich nichts Ich kann den Dings bringen Ok 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 Kompo Party das licht beschützt das licht scho du musst du färste inbringen hans vart verkjärte Cut it Okay 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 Um Ähm, komm, mach mal einen weg. Ich weiss aber nicht, was er hat, das ist irgendwie so ein bisschen der, oder? Ah, du bist scheiße da. Ähm... Ich weiss nicht, was er alles hat, der Junge. Das ist... Ja gut, das ist mir scheissegal, ehrlich gesagt. Ja, dann machst du das auch, oder? Scheisse, ja. Scheisse, ja. Scheisse, ja. Ui, jetzt. Willst du jetzt scheissen, oder was, so Idiot? Richtig überbreiten. Ah, richtig überbreiten. Ui, ist hart, der hat die vorne gebraucht, Mann. Der hat die vorne gebraucht. Ja, jetzt ist es ein bisschen... Komm, Risiko, Baby. Risiko, Risiko! Ohhhh, jeiii. Wer weiss, was für Geheimnisse wird. Mal schauen, was wir geben können. Ich weiss, viel ist noch die verdammte, wenige. Oh, was er hat. Okay. Okay. Na, dann geben wir den. Ist doch gut. Wir werden bereit sein. Wir werden nicht mehr. Ja, dann geben wir den. Okay. Das ist gut. 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 Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja, okay. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Ja, das bringt mich auf jeden Fall, als um noch einmal zu heilen, wenn ich dann schon wirklich plötzlich Probleme habe. Ui, komm, komm. Okay. Ja, komm, bring den Scheiß. Ich bringe Leben und ... Es hat mich nur meine Seele gekostet. So. Gratis Minions. Juhu. Immer geil, immer geil. Wenn ich jetzt nicht irgendetwas willst hätte, habe ich gewonnen, fucker. Ich habe gewonnen. Schöner Moment. Ja, schöner Moment. Schöner Moment. Guter Bub. Guter Bub. Schöner Moment. Fuck you. Es sollte nicht so viel fluchen. Aber der Moment ist doch immer schön. Komm, jetzt nehmen wir noch so ein Büchchen. Vielleicht hat es ja noch etwas gegeben. Komm, was haben wir noch? Uuuu. Jetzt hat es wirklich etwas. Ähm. Schuere Fiss. Guter. Ja. Ja. Level 19. Wow. Ja, das ist ja der Rhino Magier. Yes. Ja. Gespielt von einem unglaublich schlechten Hardzone-Spieler. Aber ähm. Ja. Ja. So gerade gegen so die aggressiven Decks wie Hexenmeister, also Sulok, wie die blöden Maligus-Troiden, die irgendwie die komischen Liade-Golem sehen und so. Ist das nicht mal so schlecht. Wo es eigentlich Mühe hat, ist gegen alles mit Control, also Control Warrior und so. Aber das wird jetzt zum Glück momentan nicht so viel gespielt, weil die Leute sind richtig heiss darauf, eben Lederchen erneut zu gehen, Legendary und Scheiss-Dreckel. Ja, ich wurde gerade beim 19 rum. Ist doch scheissegal. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert das Zeug hier. Hoi Marc. Hoi Bimec.